Musik So liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Derby-Tag heute hier in Gleidingen. Der PSV empfängt Germania Grasdorf auf dem 21. Spieltag. Grasdorf aktuell auf Platz 7 mit 27 Punkten und Gleidingen und ab dahinter auf dem 8. Platz mit 23 Punkten. Es ist der, wie gesagt, 21. Spieltag und es ist natürlich super interessant, wie das Spiel hier heute ausgehen wird. Beide Mannschaften sind natürlich bestens eingestimmt auf diese Begegnung. Und wir gucken auch sofort auf die Aufstellung von beiden Mannschaften und beginnen wie immer mit der Mannschaft, mit dem Gegner. Mit der 1. Felix Lüppel. Der 2. Alexander Sölder dabei. Mit der 7. Jan Vossmeier. Mit der 8. Erik Lohr. Mit der 9. Leutin Felici. Mit der 10. Ein alter Bekannter. Kempten Berischer. Mit der 12. Maxwell Tufa. Mit der 14. Pascal Oliver Bartsch. Mit der 18. Ein alter Bekannter. Fabian Bartek. Mit der 25. Georgi Söldanian. Und mit der 30. Kirill Weber. Der BSV Gleiding tritt an im Tor. Mit der Nummer 1. Tim Voschee. Mit der 2. Fabio Nubile. Mit der 7. Patrick Schmidt. Mit der 10. Patrick Kiefer. Die 11. Jonas Liebord. Mit der 17. Reinhold Wirt. Mit der 20. Omid Hassan Sada. Mit der 21. Leines Rödering. Mit der 22. Maxine Svesta. Mit der 25. Marcello Donofrio. Und mit der 31. unser Kapitän. Joost Walter. Und jetzt einen großen Applaus für die Mannschaften bitte. Ja. Ja. Beleitet wird das Spiel von Tietziger Anton Schaffer. Untertitelung des ZDF, 2020 Bosti, sehr gut, Bosti! Geh, 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 geh! Komm hoch! Hey! Bosti, geht nicht! Bosti, Bosti! Bosti, Bosti! Geh, geh, geh! Mutig, mutig! Tief, tief! Bosti, geh! Ja! Ja! Bosti, geh! Geh, geh, geh! Gut, jetzt weiter! Und weiter geht's! Ja, der ist gut! Hier! Hier! Und immer im mutigen Druck! Immer! Jungs, Entscheiden unseres! Komm, genauso! Gratulation vor sieben! Weg am Weg! Gut so! Ohne Scheiß! Ja! So, natürlich herrscht uns die empowernde Kleiding. Das war das Endgames-Kortspieler Halbzeit. Vorschütze, übrige Spieler, Hitler-Wantler, Schmidi Steck. Weiter! Die Idee war gut. Die Idee war da. So, das war der Halbzeitpfiff im Spiel zwischen den GSV Gleidingen und Germann. Herr Grasdorf steht es 1 zu 1 Halbzeit und jetzt mal ein ordentlicher Applaus für die beiden Mannschaften. Das war der Halbzeitpfiff zu haben, wie wir das nicht verraten. Der Mai steht in der Mitte über die beiden Mannschaften. Sie sind allgemein zum Linnen, im Schiff, diesen Schiff, diesen Schiff, 그 Kyknau! Ecker, ecker, ecker! Geh auf, ein Kloch! Ist der Luch? Der Luch! Pist dich an, in die Mitte rein! Und vorstiebe! Ein Kloch! Ein Kloch! Ein Kloch! Ein Kloch! Ein Kloch! Geh auf! Geh auf! Mitmachen! Omen, komm! Geh auf! Rechts, rechts! Aber auch mehr Körperspannung reinholt! So locker! Ander mit... Eine Körperspannung! Und durch, 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 durch! Und durch, durch, durch Und durch, durch! Da sie geht! Da sie geht! Da sie geht! Recht ihr! Das ist klar! Dominik! Und durch, durch! Und weg! Auf! Das ist besser! Gehen! 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 Sehr klar! Wie kann man gut und los sein? Warum? Sehr gut, weiter so! Gerechtigkeit, ganz klar! Und wieder linkseite! Zulrein! Zulrein! Junge, jetzt höre ich in der Kabine, Alter! Zulrein! Zulrein! Nicht geschlossen! Hey, stopp! Zulrein! Ziel! Abholen! Stopp! Achtung! Super! Zulrein! 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 Oh, Junge! Zulrein! Das Tor liegt irgendwie in der Luft. Wollen wir der Mann auch ein bisschen helfen? Wie wäre es mit allem? Mit einem Rutschen? Zulrein! 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 Wиг muzul! Komm leo, komm leo! Wir machen! Komm leo, komm leo! Komm leo! Wäscher! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Halt mir weg! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Hey! Das gewohnte Kabel ist runter! Ja! Also, das ist so weit! Hey, konzentriert! Schimpf, rein! Er ist nur froh, dass er nicht verletzt ist. Asozialer! Chirile sollen runtergehen! Chirile muss runter! Geht da! Oh, gibt die Binde ab und kommt! Nach runter! Das wird eh nachgespielt nochmal! Geht's nochmal oben drauf! Kein Problem! Chirile! Bisschen hier vor! Zweiten Ball! Annahme! Entweder Chip oder geiler Schuss! Maxime! Er muss am 5m Raum runterkommen! Zwischen Elfer und Fünfer! Großverteidiger! Groß! Fuß! Voll wollen! Hier ist gut! Der Schiensrichter! Geh, 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 geh! Eckfahne, Eckfahne, Eckfahne! Ja, das ist wichtig, Junge! Ja, das ist der Tipp, der Grasdorf gewinnt in Leidingen mit 2 zu 1. Und wir gucken auf die nächsten Spiele. Am Sonntag in einer Woche kommt die jeneste wieder her und spielt hier unsere erste Herren. Und ein paar später, am 14.04. ist unsere zweite Herren in Haarau bei der zweiten Mannschaft von Haarau in Einsatz. Ja, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ja, schönen Sonnabend auf euch und tollen Sonntag. Vorher nicht rein und ganz hinten hinter dem Zaun.